Gecrawled, zurzeit aber nicht indexiert. Ja, das ist eine Meldung, die immer häufiger verschiedene Webmaster belagen, dass ihre Inhalte zwar von einem Google Bot gecrawled werden, allerdings aus welchen Gründen auch immer nicht in Index aufgenommen werden. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich möchte in diesem Video einige Praxisbeispiele dir einmal vorstellen und dir Gründe aufzeigen, Tools vorstellen, die dir dabei helfen, wieder in den Google Index reinzukommen. Viel Spaß damit. Ja, zunächst einmal die Standardabfrage über die Google Search Konsole. Ich bin mal in der Property von Farmtour drin. Unter Index, dann Abdeckung, findet man unter Ausgeschlossen die Meldung, gecrawled, zurzeit nicht indexiert. Und da können sich ab und an mal einige dicke Brocken befinden von Seiten, die eigentlich qualitativ sehr, sehr gut sind, aber aus welchen Gründen auch immer nicht indexiert sind. Das ist bei uns zum Beispiel der Artikel, ähm, bleibt individuell. Also Farmtour bleibt individuell. Das ist ein Blogartikel, den ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe. Ja, langer Zeit, äh, 31 März 2021, wo es eigentlich darum ging, dass es nicht den einen Weg geht bei der Suchmaschinenoptimierung. Also es gibt den technischen SEO, es gibt den Linkaufbau-SEO, es gibt den Content-SEO und alle sind irgendwie erfolgreich. Und eine Mischung aus allen macht uns irgendwie erfolgreich. Und es gibt nicht den einen Weg. Das ist ja gerade das Spannende an der Suchmaschinenoptimierung. Und es ist sehr, sehr komisch, dass dieser Artikel, ja, gar nicht in den Index reinkommt. Das kann natürlich an verschiedenen Gründen liegen. Äh, ganz, ganz wichtig, sich nicht nur auf die Search-Konsole zu verlassen, erst mal selbst auch eine Site-Abfrage zu machen. Jupp, der Artikel ist definitiv nicht im Index zu finden. Wenn man sich jetzt in der Google-Search-Konsole nochmal anschaut, wann wurde denn dieser Artikel das letzte Mal gecrawlt? Das sieht man hier unter dem Reiter zuletzt gecrawlt. Und ja, der wurde seit Ewigkeiten nicht mehr gecrawlt. Also seit 3.8.2021 wurde dieser Artikel nicht mehr gecrawlt. Man kann jetzt davon ausgehen, dass über das Scrawling, dass da natürlich auch mal Fehler passieren, dass einfach die Google, der Google-Bot diese Seite einfach außen vor gelassen hat und die einfach scheinbar verschluckt hat und die deswegen nicht in den Index reingekommen ist. Deswegen ist der klassische Weg, diese URL einfach über die URL-Prüfung einfach einzutragen und dort eine, ja, Indexierung zu beantragen. Das habe ich jetzt im Vorfeld der Seite schon mal gemacht und die Seite ist auch sofort in den Index reingekommen. Und komischerweise ist die Seite immer noch nicht im Index. Laut der Google-Search-Konsole ist er schon im Index, aber live sieht man ja noch gar nichts. Ich würde jetzt hier in dem Fall ein paar Stunden noch warten. Mögliche Gründe auch, weshalb diese Seite ebenfalls nicht in den Index reingekommen ist, dass der Artikel so gesehen gar kein Search-Intent beantwortet, also gar keine Suchanfrage beantwortet der. Der Titel-Tag ist Seos der Welt, bitte bleibt individuell. Der ist mit Absicht natürlich nicht auf irgendwelche Keywords optimiert. Ich finde den Begriff SEO oder Seos, das wird zum einen, ja, Seos nicht wirklich gesucht und zum anderen, wir haben sehr, sehr viele Artikel, die erklären, was ist SEO, typische Fehler beim SEO etc. Also es hat viel alles mit SEO zu tun natürlich bei uns, bei einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung, ist das glaube ich ziemlich normal. Aber Google hat dann gesagt, hey, dieser Artikel, den können wir einfach nicht zuordnen im Index, zu welchen Suchbegriffen soll er überhaupt erscheinen. Weshalb die dann gesagt haben, der braucht nicht in den Index reinzukommen, weil er einfach niemanden in unserem Suchindex, halt sage ich mal zu keinen Search-Intent, zu keiner Suchanfrage, eine Befriedigung darstellt, weshalb der denn einfach nicht in den Index reinkommt. Unsere Empfehlung, was wir unseren Kunden auch immer sagen, es muss nicht jede Seite, nicht individuell, zwangsläufigen Index. Es gibt einfach Inhalte, die haben dort nichts verloren, das Impressum, Datenschutzerklärung, das Kontaktformular, muss jetzt nicht wirklich in dem Index sein, weil es einfach keine Suchanfrage befriedigt. Hier ist es ähnlich mit diesem Artikel, den scheint niemanden im Google-Index wirklich zu vermissen, deshalb er auch wirklich da ganz, ganz selten gecrawled wurde in der Vergangenheit. Man sollte nicht zwingend versuchen, jede URL jetzt in den Index reinzukriegen, bei so einem Artikel ist es denke ich mal klar. Allerdings ist es schon ein Problem, wenn man dann Artikel hat, die dann doch im Index erscheinen sollen, aber dann aus welchem Grund auch immer nicht im Index erscheinen und da habe ich jetzt mal zwei kleinere Beispiele vorbereitet. Ihr erstes oder ein weiteres Praxisbeispiel ist von rel.de, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, von Thomas Schernick, der ist selbst ein Hardcore-Profi-Seo-Nerd, allerdings hat er mir hier den Vortritt gelassen sagen, hat gesagt, hey Fabian, gerne für dein Video verwenden. Vielen, vielen Dank lieber Thomas, da ich dieses Beispiel verwenden darf. Das ist ein Artikel, der nicht im Index ist, zum Thema Google Universal Analytics wird eingestellt, ja ein sehr, sehr brandheißes Thema, was ja vor ein paar Wochen jetzt dann angekündigt wurde von Google. Und das ist schon sehr, sehr komisch, wenn hier so ein Artikel nicht in den Index erscheint. Also der beantwortet ganz klar, ein Search-Intent, Nutzer über die Google-Suche möchten sich informieren, warum denn jetzt Google Analytics überhaupt eingestellt wird, was man zu beachten hat. Und das kann nicht sein, dass so ein Artikel dann nicht in den Index landet. Ja, der Thomas war auch so nett und hat mir Zugriff auf die Google-Search-Konsole von rel.de gegeben. Unter Einstellungen, dann Crawling-Statistiken, können wir uns auch mal anschauen, wie denn die Seite aktuell gecrawlt wird. Man sieht jetzt hier über einen relativ kurzen Zeitraum von drei Monaten, sieht man, dass beim Januar viele Seiten crawlt wurden, aber dann die Anfragen relativ gemütlich waren, sagen wir es mal so, ziemlich faul waren von Google. Und jetzt hier am Freitag nochmal ein bisschen nach oben gepusht worden sind und nach oben gegangen sind. Man sieht allerdings auch, dass die Seite relativ stiefenmöglich behandelt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Seite jetzt wirklich 100 Mal gecrawlt wird am Tag und dass der Google-Crawler relativ selten, in Anführungszeichen, selten die Seite besucht. Das ist schon mal ein erster Anhaltspunkt. Wenn man sich die Gesamtseitenqualität dieser Webseite, dieser Domain sich einfach mal anschaut, über eine Standard-Site-Abfrage von der kompletten Domain, was für Suchergebnisse erscheinen denn hier, sieht man halt schnell relativ sowas wie das Impressum zum Beispiel, was keine Suchanfrage beantwortet. Relativ alte Contests, ein relativ altes Tool, also sehr, sehr alte Artikel, die hier erscheinen, beziehungsweise, ja jetzt hat er so gelöscht, ja, aber hier von 2014 ein Beitrag, das Impressum, wie gesagt, das ist relativ belanglos, dass das Google hier direkt schon anzeigt auf der ersten Seite. Dass die Seite an sich zwar thematisch treffend ist, also sie hat ein Themenfeld, ein stark zugestehntes Themenfeld, das ist jetzt keine Seite, die mal über Finanzen redet, mal über Gesundheit, dann mal wieder ein bisschen was über SEO, nein, die ist thematisch wirklich sehr speziell draufgestürzt auf das Online-Marketing-Themenfeld, also Analytics, Smart Homo, SEO etc. Aber die Artikel sind halt relativ alt, wenn ich hier einen CeBit-Beitrag von 2012 sehe, der hier erscheint, das sind viele, viele Artikel, die nicht mehr up-to-date sind. Ich habe mit Thomas auch viel über seine Seite gesprochen gehabt im Vorfeld, es ist halt, er behandelt sie sehr, sehr stiefmütterlich, also sehr, sehr viele Inhalte, die nicht mehr aktuell sind, viele Kategorien, etwas Duplicate Content etc. Viele Inhalte passen einfach nicht mehr so und hier ist es sehr, sehr naheliegend, dass einfach die Seitenqualität, die Gesamtqualität der Webseite einfach nicht passend ist. Und deswegen auch die Crawling-Rate relativ mau ist, weil einfach Google sagt, wir crawlen hier andauernd Blogartikel von vor 100 Jahren gefühlt. Die Qualität der Artikel ist relativ auch viel Thin-Content, also viele Artikel haben relativ wenig Content, wenig Inhalt. Und dass da einfach Google sagt, ja, der Seite vertrauen wir einfach nicht, da muss schon erst an die Gesamtqualität stimmen, bis wir dann auch wieder vermehrt die Seiten crawlen, neue Seiten crawlen und die dann auch schneller in den Index aufnehmen. Es gibt auch SEO Südwest einen spannenden Artikel auch dazu von Google. Google erklärt, warum scheinbar immer weniger Seiten indexiert werden. Laut John Müller ist eine normale Indexierungsquote bei einer Webseite zwischen 30 und 60 Prozent, was sehr, sehr, sehr wenig ist eigentlich. Die Erklärung ist dahingehend, dass immer mehr Menschen zwar technisch sehr, sehr gute Websites erstellen, ich meine, es gibt so viele gute CMS-Systeme, die auch SEO von Haus aus schon die Grundlagen relativ leicht anpassbar sind. Aber aus Qualitätssicht sind viele Inhalte immer noch nicht wirklich, ja, zufriedenstellend. Es wäre zwar kein Spam, aber es wäre auch nicht der fantastische Content überhaupt. Es müsste auch der Gesamtblick auf die Webseite gerichtet werden. Es steht hier geschrieben, der gesamte Webseite gerichtet werden und nicht auf einzelne Beiträge. Und das ist so der klassische Fall, wo ich einfach Thomas seine Webseite zuordnen würde, rel.de. Der Artikel ist sehr, sehr gut, aber die Gesamtqualität der Webseite stimmt nicht. Der nächste Satz ist wirklich sehr, sehr treffend. Das könnte letztendlich dazu führen, dass Google das Crawlen und Indexieren einer Webseite verlangsame, weil Google nicht wisse, wie die Inhalte in den Suchergebnissen erscheinen sollen. Das passt einfach perfekt auf Thomas seine Webseite. Sehr, sehr viele Inhalte, sehr, sehr alt, etwas veraltete Kategorien etc., etwas Thin-Content, wo einfach Google das Crawling, die Crawling-Rate stark nach unten schraubt. Einfach sagt, ey, was soll denn jetzt überhaupt in den Suchindex reinkommen? Und auch die Aussage, es gibt zwar technisch gute Websites, aber Google müsste trotzdem entscheiden, welche Inhalte es wert sind, in den Suchergebnissen überhaupt erscheinen zu lassen. Das trifft auf unseren Artikel sehr, sehr gut, weil hier hat Google gesagt, ja, eigentlich befriedet ihr keinen Search-Intent oder Suchanfragen, was soll denn Google-Index überhaupt, was hat der da zu suchen? Man kann natürlich wunderbar mit dem Screen-Frog einfach mal drüber gehen, über Domain einfach schauen, wo gibt es zum Beispiel Server-Probleme, gibt es sehr viele Seiten mit zu wenig Wörtern, das sieht man mit dem Screen-Frog sehr, sehr gut. Also von den Status-Codes her sieht ja seine Seite sehr, sehr gut aus. Von der Wortanzahl her, ja, es gibt halt viele Seiten, jetzt sehr, sehr viele Seiten, die halt relativ überschaubar sind von der Wortanzahl. Nicht falsch verstehen, man kann auch wunderbar ranken mit wenig Worten, wenn man halt den Search-Intent befriedigt und sagt, wie ist das Wetter? Ja, morgens ist das Wetter drei Grad, dann hat man den Search-Intent befriedigt mit fünf Wörtern, alles gut. Aber so Spezialthemen etc., Google Universal wird eingestellt etc., da muss man halt schon ein paar hundert Wörter, vielleicht sogar auch tausend oder zweitausend Wörter schreiben, weil das Thema sehr, sehr komplex ist und man eigentlich, wenn man für den Suchenden schreibt, für die Google-Suche schreibt, für gute Rankings schreibt, muss man versuchen, möglichst alle abzuholen, also muss erstmal erklären, auch die Basics erklären und nicht nur für Profis schreiben. Das ist halt sehr, sehr wichtig und da kriegt man ungefähr eine Ahnung, okay, ist der Text vielleicht zu kurz oder zu lang, man schaut sich doch Ten an. Wie anfangs erwähnt, Thomas weiß die ganzen Punkte, er ist halt, das ist halt nur so ein Projekt von ihm, was er halt sehr, sehr stiefmütig behandelt, was er halt seit Ewigkeiten nicht schon angefasst hat. Deswegen da, fettes, fettes Dankeschön, dass ich da deine Seite mal hier live im Video einfach mal eine kurze Analyse machen durfte. Ja, nächstes Beispiel habe ich schon, Dani Schenker bekommen, der war ja auch schon ein paar Mal, ich glaube letztes Jahr war er zweimal zu Gast in einem Video hier. Ähm, ich durfte hier ein Kundenprojekt von ihm, Matthias Hamann.work einmal analysieren. Dani Schenker, selbst ein absoluter SEO-Vollprofi, der weiß, was er macht, er hat allerdings gesagt, hey, die Seite, diese beiden Unterseiten, die ich jetzt gleich vorstellen werde, da mache ich jetzt einfach mal nichts, da darfst du dich mal austoben, um einfach was zeigen zu können für dieses Video. Vielen, vielen Dank, lieber Dani, dafür. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Und zwar sind das zwei Blogartikel zum Thema Augment Reality Frameworks im Vergleich und einmal Künstliche Intelligenz Definition. Das sind zwei URLs, die aus welchen Gründen noch immer nicht in den Index reinkommen. Wir machen mal wieder unsere klassische Side-Abfrage, ob das wirklich so stimmt. Jo, die ist nicht im Index drin, die hier auch nicht. Okay, beides ist nicht im Index drin. Was sehr, sehr komisch ist, das ist eigentlich auch ein ziemlich dicker Brocken. Warum ist das nicht im Index drin? Wenn man sich das mal anschaut, Innersatzzeichen ist es da, sind Zwischenüberschriften da, es ist eigentlich genügend Content da. Ich kenne mich jetzt in der Thematik relativ wenig aus, aber wenn man sich das mal anschaut, das ist eigentlich ziemlich klar strukturiert und scheint ein sehr, sehr würdiger Text zu sein, der zumindest in den Index reinkommt. Index bedeutet ja nicht Platz 1, das bedeutet einfach nur, du bist im Suchindex drin auf Platz 100 oder Platz 150, whatever, ja. Das muss überhaupt gar nichts heißen, weil erstmal diese Artikel in den Index reinzukommen, da stimmt irgendetwas nicht. Ja, jetzt geht die Suche natürlich los. Wir haben jetzt im Vorfeld keinen Zugriff auf die Google Search Konsole bekommen, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Wir können jetzt nur halt keine Crawling-Statistiken etc. nachverfolgen. Ist jetzt erstmal egal, wir wollen erstmal mehr aus der technischen Perspektive gucken, ob es irgendwas auf der Webseite auffällig ist, was vielleicht eine Indexierung verhindert hat bisher. Und was interessant ist, es gibt einen Artikel auch auf englischer Sprache, das ist hier diese Argument Reality Frameworks im Vergleich, den gibt es auch auf englischer Sprache und wir schauen uns mal an, ob der vielleicht im Index ist. Who knows? Und ja, er ist im Index drin. Also Google hat hier die englischsprachige Version gegenüber der deutschen Version bevorzugt und das schreit förmig nach dem HRF Language Tag, ob da alles richtig eingebaut wurde oder eben nicht. Für alle, die es nicht kennen, das ist ja auf Systrix, gibt es da einen guten Artikel dazu, dieser HRF Language Tag, der, damit gibt man einfach Google an, in welcher Region, in welcher Sprache, welche URL denn erscheinen soll. Das ist besonders bei mehrsprachigen Websites sehr, sehr wichtig. Aber auch hier auf dieser Website ist es bereits schon sehr, sehr wichtig, dass eben für den Google Crawler direkt klar ist, die EN-Version ist für englischsprachige Google Nutzer und die DE-Version ist für den deutschen Markt gedacht. Wir kopieren uns jetzt einfach mal die URL raus, gehen auf technicalseo.com, noch tausend andere Tools, aber wir wollen einfach mal den HRF Language Tag, den wollen wir einfach mal testen, ob der richtig eingebaut wurde. Wir können uns auch im Quelltext den uns zusammensuchen, aber wenn es Tools gibt, dann gibt es auch Tools, die uns die Arbeit erleichtern und ich habe den jetzt mal reingekloppt und ja, so richtig viel Information gibt es hier nicht. Also es wurde scheinbar nicht so wirklich einer eingebaut. Nur mal zum Vergleich, ich habe jetzt mal Seeability genommen, die URL, die sind ja auch im englischen und spanischen Bereich unterwegs, also wenn die das nicht richtig eingebaut haben, dann weiß ich auch nicht weiter. Die dürfen das aber richtig eingebaut haben, ich mache mal einen Test, um dir zu zeigen, wie man das richtig einbaut, wie das dann aussieht. Und hier kommen auch schon die Ergebnisse. Also hier das DE-Verzeichnis ist dann für, ja, die Sprache Deutsch ausgezeichnet, die EN-Version, wer hätte es gedacht, für Englischsprache und die ES ist für Spanisch. Das gucken wir uns mal kurz im Quelltext an, wie das dann aussieht. Und wir geben mal kurz den Befehl hreflang, okay, da kommen schon drei Ergebnisse. Also man sieht jetzt hier die Verzeichnisse, EN ist für die Sprache EN, mit dem hreflang-Witcheck ausgezeichnet. Ist jetzt optional, kann man auch die Region theoretisch angeben. Also wenn es eine Spezialseite gibt für die USA englischsprachig und für UK englischsprachig, könnte man das auch direkt angeben. Würde es den Rahmen ein bisschen sprengen. Die brauchen das natürlich nicht, die wollen im englischsprachigen Raum für englischsprachige Nutzer, wollen die erscheinen. Egal, ob die jetzt in Kanada sitzen, in Australien, USA oder UK ist denen egal. Ähnlich ist es mit Spanisch, nur dass der Google Crawler weiß, ah, diese Version, diese URL ist für spanisch sprechende Nutzer geeignet. Und das fehlt auf dieser Webseite. Wenn man mal den Seitenquelltext hier aufruft und dann auch nach dem hreflanguage-Tag sucht, man einfach nur, zwar die Bezeichnung EN, das ist, oder das ist auch falsch, das ist auch nicht korrekt. Also es ist ja, wir sind auf der deutschsprachigen URL und es wird nur die englische, der englische Language-Tag ausgezeichnet für das englische Verzeichnis. Es wird aber nicht gesagt, dass das deutsche Verzeichnis auch die deutsche Sprache hat. Und ganz, ganz wichtig, es wird gar keine URL angegeben. Es wird keine richtige URL angegeben. Also das Titel ist hier ganz nett, okay, aber die URL fehlt. Wenn man sich das mal hier anschaut, hier wird ja die URL angegeben, die komplette URL von dem SEO-Check, aber hier wird nur das Verzeichnis angegeben. Also hier müsste eigentlich diese komplette, dieser komplette Pfad angezeigt werden, damit eben Google weiß, genau exakt weiß, ach, bei dieser URL, englisch ist die Version, deutsch ist diese Version. Das ist halt nicht passiert hier, weshalb, ja, da auf jeden Fall schon mal Fehler entstehen können, beziehungsweise Fehler bei der Indexierung, dass eben die englischsprachige Version statt der deutschen Version in der Google-Suche erscheint. Ja, bei der nächsten URL wird es etwas schwieriger, weil hier gibt es keine Übersetzung. Es ist ein Artikel zum Thema Künstliche Intelligenz, Definition, Lexikon. Also zum einen ist es ein Lexikon, aber es ist auch eine Definition zur Künstlichen Intelligenz. Da könnte man schon vermuten, dass hier Google eben nicht weiß, was soll denn jetzt hier überhaupt in den Index rein. Ist es jetzt ein Lexikon, eine Übersichtsseite zum Lexikon oder ist es eine Definition für Künstliche Intelligenz? Da würde ich auf jeden Fall mal versuchen, da im Content zu arbeiten, das mal zu splitten und zu schauen, wenn ich jetzt nur eine Definition habe zum Thema KI ohne das Lexikon, wird das dann indexiert und das Lexikon auch getrennt von der Definition, wird das dann indexiert, weil das natürlich auch ausschlaggebend ist. Wenn Seiten nicht indexiert werden, dann werden die auch nicht als wirklich wichtig oder hochwertig erachtet. Könnte gegebenenfalls sein, dass auch diese ganzen Seiten, die hier nochmal verlinkt sind stellenweise, dass die ebenfalls relativ wenig Beachtung erhalten von der Google-Suche, auch im SEO entsprechend dann schlechtere Karten haben. Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, da den Content zu splitten. Muss auch hier wieder die Karte ziehen, Gesamtseitenqualität. Wenn hier mehrere Seiten sind, die diesen HF-Language-Tag-Feder vielleicht haben, da mal zu schauen, dass die gesamte Seite glattgezogen wird. Das zum Beispiel hier oben, No Table of Contents. Ist das wirklich eine Kategorie? Also warum erscheint dieser Satz hier? Sind ganz, ganz viele so kleine Punkte, die man hier durchackern müsste, um einfach die Gesamtqualität der Webseite vielleicht erst mal zu erhöhen, um dann zu schauen, verbessert sich die Crawling-Rate, wird die Indexierung verbessert. Auch hier mit dem Autor. Das ist zwar unterstrichen, aber ich kann überhaupt gar nicht draufklicken. Also sehe hier im ersten Step überhaupt gar nicht, wer ist denn der Autor? Unten wird der Künder, also der Matthias, wird entsprechend zwar vorgestellt, aber wer ist der Autor? Also mir fehlen die Informationen über den Autor, ob der wirklich würdig ist, hat er die Fachkompetenz, um eben über Künstliche Intelligenz wirklich was schreiben zu können. Die perfekte Überleitung von Google selbst, wann oder woran erkennen sie, dass ein Text hochwertig ist, eine Webseite hochwertig ist. Ganz, ganz wichtig. Nicht nur ein Text, sondern die gesamte Qualität der Webseite hoch ist. Hier geben sie auf jeden Fall 23 Tipps, wann zählt eine Webseite hochwertig. Und die ersten beiden Punkte, die sind schon sehr, sehr interessant. Würdest du diesen Informationen, diesen Artikel vertrauen und wurde der Artikel von einem echten Experten oder von einem sachkundigen Laien erfasst, der eher oberflächlich ist, oder ist der Artikel eher sehr, sehr tiefgreifend? Ich bin jetzt kein Experte für Künstliche Intelligenz, allerdings ist das jetzt der Punkt hier. Wer ist Maximilian Rudolf? Warum wird dem sein Autorenprofil nicht verlinkt? Wo kriege ich mehr Informationen her? Also ich meine, das Bild hier ist jetzt auch nicht sehr ausschlaggebend. Google sind natürlich Bilder relativ egal. Man könnte jetzt auch nur den Autor hier haben, aber so eine Autorenbezeichnung oder Autorenbeschreibung. Ich bin Maximilian, ich habe sau viel Ahnung, hier sind meine Publikationen, ich habe da und da das gemacht, ich habe das und das studiert. Dass Google auch hier im Bereich Entitäten weiß, ah, dieser Maximilian, das ist ja voller Experte für Künstliche Intelligenz, go for it. Wenn es nur ein Ghostwriter ist, könnte man überlegen, ist es vielleicht nicht die feine englische Art, aber dass man den Matthias hier als Autor reinschreibt, Ausstehende wissen ja nicht, dass es ein Ghostwriter war. Ist, ich weiß, ist nicht die feine englische Art, aber um einfach Google zu zeigen, hey, der Matthias oder von mir aus auch dieser Maximilian, die sind die Experten und uns kannst du vertrauen. Wir haben so, so viele Publikationen veröffentlicht, konnten uns beweisen, haben das studiert, haben Fachvorträge gehalten, Bücher veröffentlicht etc. Also jede Information, die dazu beiträgt, dass dich als Experten zu statuieren, das kann dir natürlich helfen, natürlich auch, dass solche Seiten indexiert werden und auch in den Google Index drauf kommen. Weil es sieht für mich jetzt als Außenstehender so aus, dass Google sagt, die Seite, die Qualität ist nicht gut genug. Das ist genau die Aussage, die wir gerade eben bei SEO Südwest gelesen haben. Google muss entscheiden, technisch gesehen ist die Seite vielleicht in Ordnung, aber qualitativ reicht es einfach nicht, dass wir das in den Google Index aufnehmen. Ja, wir SEOs wären keine echten SEOs, wenn wir nicht versuchen würden, abseits der Google-Norm nicht versuchen würden, uns mit irgendwelchen Tools zu helfen. Ich habe mal das Tool indexmenow.com testweise gebucht, um eben zu schauen, kann das was und kann es eben nicht. Hier ist es halt so, man trägt seine URLs ein und wie der Name schon vermuten lässt, indexmenow, das Tool versucht, dann deine URLs in den Index reinzukommen. Das macht das relativ zuverlässig. Ich habe jetzt vorgestern mal die URLs eingetragen gehabt. Wir haben da den 5.4. und heute haben wir den 6.4. Kannst du nicht sagen, wenn das Video online geht, aber in den von 2 Tagen haben wir schon ein paar URLs, wie man hier sieht, Status checkt, checkt, haben wir ein paar URLs in den Index reinbekommen. Unter anderem auch Thomas seine Seite, rel.de, wenn man da mal die Live-Abfrage macht, die Site-Abfrage, dann erscheint die Seite auch endlich. Auf jeden Fall, das Tool ist sehr, sehr cool, kann auf jeden Fall helfen, kostet 50 Dollar die Starter-Version und dann kann man 50 URLs der Indexierung ansteuern lassen. Ob man das jetzt wirklich braucht, in den meisten Fällen reicht eigentlich eine Abfrage über die Google-Search-Konsole, die Live-Prüfung, also URL-Prüfung, das reicht dann schon, dass dann das Projekt gecrawled wird. Beim Thomas seine Webseite, er hatte das in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht gehabt, da hat es nicht geklappt. Mit indexmenow hat es jetzt geklappt. Ich habe mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht gehabt. Er hat gemeint, hey, die Seite war jetzt an der Reihe, dass sie gecrawled wurde, etc. Vielleicht gab es so einen Loop, also eine Warteschleife, dass jetzt Google eine Art Schluckauf hatte und jetzt endlich die URL genommen hat und jetzt endlich ein Index aufgenommen wurde. Ist natürlich auch möglich. Ich sage ein bisschen, das lag wahrscheinlich an dem Tool-Index-MeNow, dass die die Seite nochmal gepusht haben. Diese kostenlosen, es gibt auch viele kostenlose Indexer oder Indexing-Tools, zum Beispiel freeindex.com, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, kann ich in den Show Notes später verlinken, wenn ich daran denke. Der postet die URLs auf ganz verschiedenen Seiten, in der Hoffnung, dass diese URL vom Google-Crawler gesehen wird und dass diese URL dann doch in den Google-Index aufgenommen wird. Solche Tools sind ja nicht wirklich erfolgsversprechend. Wenn es über die Google-Search-Konsolen nicht klappt, dann klappt das mit diesen kostenlosen Tools meistens nicht. Bei dem Index-MeNow hat es geklappt, ist deswegen auch kostenpflichtig. Kann sein, dass sie über verschiedene API-Schnittstelle versuchen, da URLs reinzukriegen. Kann aber auch sein, dass sie billig versuchen, URLs zu posten auf verschiedenen Seiten, dass sie wie eine Art Backlink zählen. Diese URLs verschwinden nach ein paar Tagen, dass da kein SEO-Spam entsteht, sage ich mal, und dass man das auch nicht zurückverfolgen kann. Hauptsache URLs erscheinen in dem Index. Wie sie es genau machen, habe ich jetzt nicht herausgefunden. Ist auch erstmal egal. Es funktioniert. Auch die Farm-Tour-URL wurde aufgenommen. Was auffällt, dass so eine Art Schluck-Off immer wieder entsteht. Also mal kurz, erscheint die URL im Index, dann ist sie wieder draußen, dann ist sie wieder da und dann und so weiter. Das hatten wir zum Beispiel bei dem Thomas seiner Seite, das rel.de. Okay, vorgestern kam sie urplötzlich im Index rein, dann ist sie wieder rausgeflogen und seit heute Morgen ist sie wieder drin. Und das Tool scheint sehr, sehr oft dann diese URL anzupingen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann dann im Index fest bleibt. Es ist halt die Frage, ob man so ein Tool überhaupt braucht. Das bringt dir so, wie gesagt, auch einfach nichts. Wenn du im Index drin bist, ist es schön, aber wenn du zu keinem einzigen Suchanfragen gefunden wirst, dann wirst du keinen Organic Traffic kriegen und kannst nicht die Ziele der Webseite erfüllen. Deswegen so ein Tool auch so ein bisschen, ja, man darf es nicht überbewerten. Und beim Thomas seiner Seite unbedingt die Gesamtqualität drauf achten, Seiten, Thin Content, Duplicate Content, alte Artikel, die nicht mehr relevant sind, die nicht mehr aktuell sind, alles raus oder neu schreiben. Das dürfte extrem helfen, dass die Seite zum einen häufiger gecrawled wird, dass die Inhalte auch dadurch deutlich besser und schneller indexiert werden. Und bei Danis seiner Seite, also das Beispiel für Dani Schenker, da auch auf jeden Fall die technischen Dinge lösen und technische Probleme lösen und auch auf die Qualität der Texte nummer achten. Autoren viel klarer positionieren und zeigen, dass sie wirklich Ahnung haben mit kleinen Autorenprofilen etc. Das dürfte dann die Crawling- und die Indexierungsprobleme in Anführungszeichen ja deutlich verbessern und weshalb man dann so ein Tool eigentlich eher nicht braucht. Was ebenfalls natürlich wichtig ist, sind Backlinks. Eine Seite oder URL, die oft verlinkt wurde, zeigt natürlich auch Google, ah, das scheint ein wichtiger Artikel zu sein, der sollte auf jeden Fall im Google-Suchindex erscheinen. Er ist auch so eine Art Vertrauensbeweis. Was hier bei dem Artikel auch definitiv helfen würde, wäre natürlich, dass er ein paar Backlinks bekommt, also dass der Dani schaut, dass er mal ein paar Links aufbaut, um da die Indexierung auch ein bisschen zu beschleunigen. Da habe ich zwar keine Rücksprache mit ihm gehalten, das weiß ich jetzt nicht. Wir können uns das gleich mal anschauen, ob da schon Backlinks aufgebaut wurden oder nicht. Gerade mal ein Check mit, ja, Atreus gemacht. Ja, man sieht direkt, dass keine Backlinks hier vorhanden sind, keine verweisenden Domains, UR-Rating von 2, wobei die Hauptdomain hat ein DR von 27, was in Ordnung ist. Auf jeden Fall, also Google findet auf jeden Fall die Seite auch über Verlinkungen etc. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, weshalb ich davon ausgehe, dass eher technische Probleme oder auch inhaltliche Probleme hier eine Indexierung verhindern. Ja, das war es schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab der Mitte im Kommentarbereich. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Hau rein, mach es gut. Ciao.